Ja hallo, mein Name ist Martin, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin leidenschaftlicher Actionsportler und daher kommt auch die Idee zur Gründung der Become a Pro GmbH im Nebenerwerb. Become a Pro, der Name ist Programm, das heißt wir machen Profis durch Vermittlung von Athleten und Sponsoren im Actionsport-Bereich. Actionsport wie Freeskiing, Mountainbiken, Kitesourfen zum Beispiel. Im Gegensatz zum Breitensport gibt es im Actionsport eben keine Trainingszentren, wo man hingehen kann. Die Athleten trainieren im Eigenregie, im Homesport, sie haben nahezu keine Kontakte zu Sponsoren und sie wissen nicht, wie sie sich präsentieren sollen. Und daher schreiben sie irgendwelche E-Mails an die Info-Ad sämtlicher Unternehmen in der Hoffnung, dass sie entdeckt werden. Und da haben die Unternehmen das Problem damit, weil die werden damit komplett überhäuft. Es findet keine Selektion mehr statt, genauso wenig wie auf soziale Medien, denn die sind einfach zu breit aufgestellt. Und Reisen zu Events und Contests sind sehr kostspielig, weil sie weltweit sind, vor allem für Unternehmen nicht aus der Branche. Und genau da kommt Become a Pro ins Spiel, denn Become a Pro ist der zentrale Anlaufstelle für den Actionsport-Bereich. Athleten und Sponsoren haben die Möglichkeit, sich mit kostenfreien oder auch kostenpflichtigen Mitgliedschaften auf Become a Pro zu registrieren und sich dann mit Informationen, Bilder und Videos auch zu präsentieren. Je besser die Präsentation, umso besser auch das Ergebnis und die Möglichkeit entdeckt zu werden. Denn es gibt dadurch für die eigens entwickelte Suchmaschine, die Profil für Profil durchgeht und auch genau diese Ergebnisse liefert, die auch gesucht wurden. Und das in wenigen Sekunden, quasi vom Burra-Arbeitsplatz. Bringt enorme Vorteile. Become a Pro, wir sind im Moment am relativen Anfang. Die Seite ist frisch online und jetzt geht es darum, die Marke zu skalieren. Machen wir zum Beispiel mit Messeauftritten. Wir waren vergangenen Monat auf der Ispo und haben dort über 90% positives Feedback erhalten für unser Konzept. Und auch große, enormhafte Unternehmen wie Scott Sports und Become a Pro und Protest Sportswear haben wir als Sponsoren erlangen können. Wir sind gerade dabei, die sozialen Medien zu erschließen, um die Athleten zu erreichen. Und wir wollen Become a Pro über das Interesse der Medien groß machen. Das Interesse der Medien erlangen wir durch die Durchführung von Action-Sport-Events. Warum Action-Sport-Events? Weil Action-Sport geil ist. Wenn man sich überlegt, wie sich die Jungs und Mädels sich über einen 20-Meter-Kicker rauslassen, das komplett im Griff haben. Das ist atemberaubend, das fokussiert und das ist sehr geil zum Vermarken. Und daher sind wir aktuell mit unserem 10-köpfigen Team in der Planung eines Martin-Bike-Big-Air-Contest, der dann auch im 4. August durchgeführt wird. Und eins muss man sich klar sein, das müsst ihr euch merken. Action-Sport ist eine Millionen-Branche, wenn nicht noch mehr. Und das geht rapide durch die Decke. Und um diesen Markt zu erschließen, suchen wir Programmierer, Marketingleute, aber auch Investoren, Sponsoren und vor allem auch Medienpartner. Mein Name ist Martin Wirtz, ich bin nachher noch draußen im Raum 101 und da können wir gern über die Themen reden und gute Gespräche frühen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.